Fragen aus dem Schatten? Was ist das? Ich beantworte eure Fragen. Intro. Von wo würde ich ein Metadeck bekommen? Ich weiß zwar nicht wo, aber wie. Redet mit sich selbst. Wer? Ich? Nee, du. Wie? Ich? Nein. Doch. Wo ist Runde 3? Es gibt kein Teil 3. Am Ende bekommt jeder ein Stück und deswegen ist es vorbei. Du hast nicht mal 1000 Abos. Aber Glückwunsch zu 996 Abos. Ja, ich weiß. 996. Das stand da ewig. YouTube hat das einfach nicht aktualisiert. Obwohl ich bereits über 1000 hatte. Deswegen hatte ich auch extra den Link reingepostet. Unten als Kommentar. Damit ihr sehen könnt, dass ich bereits über 1000 habe. Der beste Yu-Gi-Oh! Kanal, den ich kenne. Ey, danke. Liebe deine Videos. Danke. Herz. Nicht schlecht. Nicht schlecht? Wie kannst du es wagen, es nur nicht schlecht zu finden? Ich meine, das ist doch nicht nur schlecht. Wieder ordentlich am Ausrasten. Wer? Ich? Nein. Doch. Oh. Teil 3? Es gibt keine Runde 3. Ende. Lol. Er hat keine 1000 Abos. Warum sind die Frogs nicht im Ulti? Hm. Warum? Ich glaube, ich wollte etwas Geld sparen. Bin gespannt auf das dritte Spiel. Okay, okay. Ihr wollt es so. Hey. Ey, lass mal ein Duell 3 aufnehmen. Nö. Das wollen aber alle. 996. Mehr von warum. Weil so der Blue Eyes Dark Lord gut ist. Ich weiß, warum wird gerne gesehen. Jedoch sind die Videos halt etwas aufwendiger als andere Videos. Und deswegen kann ich halt nicht jede Woche so ein Video bringen. Aber ich werde ab und an immer wieder welche bringen. Also, seid gespannt. Kannst du bitte Karte-Journalist dazu bringen, dass er wieder Videos macht? Okay, okay. Ich versuch's. Aber ich kann nix garantieren. Was ist denn jetzt schon wieder? Hast du nicht Lust, wieder mal Videos zu machen? Nö. Warum nicht? 996. In Martin Luther, ab geht's. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020